Bhagavad Gita Vers 4.36 Selbst wenn du der Sündigste aller Sünder bist, wirst du fähig sein, den Ozean der Leiden zu überqueren, wenn du im Boot des transzentralen Wissens sitzt. Erklärung Die Erkenntnis der wesenseigenen Position in Beziehung zu Krishna ist so großartig, dass sie eine bedingte Seele augenblicklich aus dem Kampf ums Dasein herausheben kann, der im Ozean der Unwissenheit ausgefochten wird. Die materielle Welt wird manchmal mit einem Ozean der Unwissenheit und manchmal mit einem brennenden Wald verglichen. Im Ozean ist der Kampf ums Dasein sehr hart, ganz gleich wie geübt man als Schwimmer auch sein mag. Wenn jemand kommt und den Schwimmer aus dem Ozean zieht, ist er der größte Retter. Vollkommenes Wissen, das vom höchsten persönlichen Gott empfangen wird, ist der Pfad zur Befreiung. Das Boot des Krishna-Bewusstseins ist sehr einfach, aber zur gleichen Zeit sehr erhaben.